ja hallo heute möchte ich diesen baum hier pinzieren nur weiß ich gar nicht so genau was es für ein baum ist das ist irgendeine ahon art ich blende euch hier mal ein blatt in großaufnahme ein und dann möchte ich euch bitten schreibt es mir in die kommentare wer weiß wie dieser baum heißt und wenn ihr lust habt mir zuzugucken wie ich diesen baum hier pinziere ja dann bleibt einfach dran ja dann wollen wir mal loslegen mit pinzieren ich ziehe erstmal die brille an und dann nehme ich euch mal ein bisschen näher ran ja jetzt seht ihr hier den baum wie er am wachsen ist also das ist eine pracht sozusagen da werde ich mal anfangen da kommt man kaum irgendwie ins innere rein da sieht man kaum ins innere rein da werde ich mal schauen dass ich das ganze auf zwei blattpaare zurückschneide und Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank.